Hallo liebe Windelträger. Im heutigen Video schauen wir uns eine medizinische Windel genauer an, die wohl wenige kennen, die Supreme Briefs von North Shore. Zumindest die Marke dagegen ist recht bekannt. Vor allem durch die Megamax, einer Windel die rechtsaugstark ist und in verschiedenen Farben gekauft werden kann. Der Hersteller stammt ja aus der medizinischen Branche, wie man an den Supreme Briefs sehen kann. Sie sind klassisch in weiß und haben in der Mitte einen orangenen Streifen. Sobald man in die Windel macht und der Urin bis zum Streifen fließt, verfärbt er sich. Das ist bei medizinischen oft so, weil man dort auch an Pflegepersonal denkt. Die möchten natürlich nicht den Patienten fragen müssen oder abtasten, wie voll die Windel bereits ist. Durch den Streifen sieht man das auf den ersten Blick. Ich hatte es gefilmt, kann es hier leider nicht zeigen, da YouTube meine Videos dann einschränkt. Wer es sich anschauen möchte, kann gerne in unsere WhatsApp-Gruppe kommen, der Einladungslink ist in der Beschreibung. Ich kann es hier nur sagen, wie es aussieht, beim Pinkeln in die Windel wird der gelbe Streifen blau und verwischt etwas. Angelegt wird die Windel mit Einwegklebern aus Plastik. Es sind die typischen blau-weißen Kleber, bei denen der blaue Kleber die Folie schützt, so dass man die Windel nach dem Wechsel über die weißen noch bequem zukleben kann oder noch eine zweite Chance hat, falls sie nicht gut sitzen. Allerdings reißt die Folie leicht, wenn man die weißen Kleber ohne den blauen darunter direkt aufklebt. Dieses Thema haben alle Windeln mit Einwegklebern, auch die Better Dry oder Krinkels. Wie bei denen gilt auch hier, ich würde diese Kleber nicht für Einsteiger empfehlen, sondern für Menschen, die sich mit dem Kleben schon etwas besser auskennen. Wer das noch nie gemacht hat, ist mit Mehrwegklebern besser beraten. Die können mehrfach geöffnet und neu verschlossen werden, falls sie nicht richtig sitzen. Die Supreme Briefs sind recht hart in die Packung gepresst. Man sollte sie der Länge nach etwas falten und kneten, so sind sie weniger starr und passen besser. Leer wiegt die Windel 186 Gramm und zählt damit zu den leichtesten, die ich bisher im Test hatte. Selbst die Einsteigerprodukte wie Krinkels fühlen sich etwas dicker an. Besonders hohe Erwartungen an die Kapazität hatte ich daher nicht. Mehrere Male einnässen war möglich, bei knapp 1,5 Kilogramm hat sie es jedoch nicht mehr ausgehalten und ist ausgelaufen. Wer ABDL-Windeln gewohnt ist, wird darüber lachen, an den dortigen Maßstäben wären 1,5 Kilo eines der schlechtesten Ergebnisse. Viele dort sind dicker und halten weitaus mehr aus, obwohl sich die Supreme Briefs laut Beschreibung an mittlere bis schwere Inkontinenz richtet. Zu medizinischen Kassenwindeln höre ich allerdings oft Kritik von Menschen mit Inkontinenz bei uns in der Gruppe. Sie klagen, dass vor allem die Produkte der Krankenkasse nicht viel aushalten und deutlich schlechter als ABDL-Windeln seien. Bevor wir die Supreme Briefs nun aber als schlecht abstempeln, sollten wir einen Blick auf den Preis werfen. 16,03 Euro kostet eine Packung mit 15 Stück Inhalt. Das macht nur 1,07 Euro pro Windel, ein interessanter Preis, mit dem höchstens noch die dünneren Tennis Slip konkurrieren können. Alle anderen Windeln bieten zwar deutlich mehr Saugleistung, sind dafür aber auch teurer. Für 1,07 Euro finde ich haben die Supreme Briefs ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können eine Alternative sein, wenn man nur kürzere Zeitwindeln tragen kann oder möchte. Ich hatte schon mal ähnliche in grün getestet, da war der Preis zu hoch, sodass Battle Dry die bessere Wahl wäre. Bei 1,07 Euro sieht es anders aus, da haben wir eine etwas dickere Windel als Tennis Slip, die in einem ähnlichen Preisbereich spielt. Nicht empfehlenswert ist die Supreme Brief, wenn man eine möglichst weiche Windel sucht, trotz Falten finde ich sie nicht so weich, wie man es von vielen aus dem ABDL-Bereich gewohnt ist. Die Folie selbst ist ansonsten angenehm. Verzichten muss man außerdem auf bunte Motive. Mehr als den Streifen zur Erkennung von Nässe gibt es nicht an Farbe. Sie richtet sich klar an medizinische Kunden und weniger an die ABDL-Szene. Anders dagegen die Megamax, welche es bewusst in verschiedenen Farben und sogar einem Farbverlauf zu kaufen gibt. Hier wird klar, dass Northshore aus der Medizinbranche stammt und bisher nur mit der Megamax versucht, einen Einstieg in die ABDL-Szene zu wagen. Finde ich grundsätzlich spannend, wenn das Unternehmen tun, die mit dem Herstellen von Windeln schon länger Erfahrung haben. Wie findest du die Supreme Brief? Du kannst es in unsere WhatsApp-Gruppe schreiben oder in die Kommentare. Falls sie dir nicht gefällt, findest du an der Seite weitere Videos von Windeln, die ich schon ausprobiert habe. Mittlerweile sind es einige, darunter auch weitere von Northshore und diversen anderen Herstellern für medizinische und bunt bedruckte Windeln. Bestimmt ist dort auch etwas dabei, das dir gefällt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Windeltest.